Haley, wie lange wollen wir das noch machen? Was machen? Uns aus dem Weg gehen. Sag du es mir, du bist der, der sich aufregt. Und du bist die, die mich belogen hat. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Luke. Warum bist du mit Nathan zusammen? Hä? Denk mal dran, wie er sich in den letzten Wochen aufgeführt hat. Das kann ich nicht. Du weißt, was ich von ihm halte, Haley. Lucas! Okay. Ja, ich weiß, was du von ihm hältst, aber es gibt da etwas, das ich dir noch sagen muss. Ich gebe ihm Nachhilfe, damit er dich in Ruhe lässt. Was? Ich mache das nur für dich, Luke.